keine drin völlig krank so jetzt ich muss nicht fragen sondern hier diese und zwar hier ist noch keine info drin sehr gut sehr sehr gut werden aber 100 angefordert sehr gut so das heißt es sind hier 500 also 250 da nicht drin sind dann soll der dort nicht rein tun um über 250 sagen wir am anfang erstmal höher sagen wir 250 sondern sagen wir 400 dort jetzt sollten hier erstmal keine brennsträme weiter produziert werden solange hier nicht drin sind hier werden 100 angefordert hier habe ich immer ein 4 4 drin der kriegt hier auch genug rein also das sollte eigentlich laufen ja könnte ja hier das mit den brennstäben gleich mal probieren ja hier habe ich auch kohle ne kohle ein kriegen die ihre teile da ja hier 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 wir hier 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 45 Kohle, 250. Siehst du, da war irgendwas. Man musste die doch auch nochmal irgendwie verdatteln. Och, wenn man das nie gemacht hat. Uran, Raketenbrennstoff mit Uran. Okay, dann lasse ich das erstmal. Hauptsache, das läuft hier jetzt mal an hier. So, der macht. Und hier einmal. Bitte das Ganze noch einmal hier rüber. Damit die Umwandlung auch schneller funktioniert, weil das ist jetzt ein bisschen das Nadelöhr hier gefühlt. Okay, der passt auch soweit. Gut, 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 gut. Gehen wir das nächste Problem an. Hier wird auch gut gebaut. Das sollte vielleicht jetzt schon mal ein bisschen lasten. Nein, noch nicht wirklich. Das mit dem Öl. Das nervt mich gerade, dass wir nicht weg haben. Ich pumpe, pumpe hier rein. Komm mal. Immer noch. Es gibt keine leeren Fässer. Irre. So, alles sich mal zurückstauen. Hier ist nichts drin. Nichts. 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 auf 44 k es läuft so weit es läuft das sind halt so die kleinen fehler die noch ein bisschen sand im getriebe sind die will ich eigentlich bis zur unnutzten folge aus gemerzt haben jetzt noch so viel mehr völlig aber so der hat es gemacht hier jetzt ist da endlich mal ein bisschen ruhe und hier sind die fugen da möchte ich 20 haben so ok das sieht alles soweit gut aus es ist wirklich bloß dieses verkackte teil und hier das scheinbar zu wenig zu wenig zu wenig leere fässer ok die aliens die werden abgehalten das ist nicht das problem so 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 dann müssen wir noch mal gucken da scheint was nicht geliefert zu werden dass sich die zentrifugend und ich liefere ok damit kann ich noch leben aber der rest sieht es denn jetzt aus hier 988 wird mir dort wird mir dort wird mir dort wird mir komfort jetzt müssen wir noch mal gucken dass wir das hier irgendwie besser geregelt kriegen an der stelle so ich kann noch hier sind keine also so das kann erst mal jetzt beginnen das ist ja erst mal so weit ok auch der super zug auch der super zug Im dritten Margon, wo auch die unteren Teile sind. Ja, genau, da drin. So, das heißt, ich habe keine Weißen, dass ich mir die Weißen etwa nicht anliefern. Interessant, auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist zweieinhalb Monate oder so nicht mehr drin. Dann ist man die Stackgröße von dem Scheiß nicht mehr. Ja, das minus unter 10. So, Speedteile, wo waren die Speedteile drin? Da weiß ich, es ist ein 100 Stack. Auch im dritten, auch im dritten. Okay. 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 Sagen wir mal unter 50. Das langt auch. So. Reicht einer aus, das kann ich ziemlich nah dran bauen eigentlich. Oh. Oh. OK. Oh. Vielen Dank.